Hallo Ihnen, ich bin der Blumstichologexperte für toxische Beziehungen und wir haben mal wieder den Johnny Depp Amber Hurt Fall. Und heute war dran Kate Moss, Dr. Curry und John Depp. Kate Moss, kurz und bündig, hat drei Minuten ausgesagt und ja, da hatte ja Amber Hurt gesagt, ja, Johnny Depp hätte sie die Treppe runterschubsen wollen bei diesem einen Inzident wie schon Kate Moss. Und weil sie das gesagt hatte, durfte ja Kate Moss dann auch aussagen, vorher durfte sie nicht aussagen und Kate Moss hat einfach ganz stumpf ausgesagt, nein, da war gar nichts, die Treppe war rutschig, es ist überhaupt nichts passiert. Nie hat mich irgendjemand jemals geschubst und gar nichts passiert und stimmt einfach nicht. Also nächste große Einschlag in Ambers Aussagen, dann war Dr. Curry dran, das ist ja so die Hauptgutachterin von auch Johnny Depps Seite, die Amber Hurt ausführlich untersucht hat und gesagt hat, keine posttraumatische Belastungsstörung, aber Borderline und histrionische Störung könnt ihr euch auch gerne mal, Persönlichkeitsstörung könnt ihr euch gerne mal mit dem Video von Alicia Joe nochmal angucken und da habe ich jetzt nochmal alles erklärt. Und ja, dann kam ja die Dr. Hughes von der anderen Seite und hat gesagt, nein, ist keine Persönlichkeitsstörung, ist posttraumatische Belastungsstörung, warum ist das so wichtig? Ja, posttraumatische Belastungsstörung hast du natürlich, ja, da hat was stattgefunden und da gibt es einen Schaden und dann gibt es Geld quasi, natürlich auch. Ja, und Dr. Curry, wie viele, total beeindruckt von ihr, weil so müssen Psychologen sein oder Psychologinnen und das ist ja auch ein ganz spezielles Gebiet, diese Gerichtspsychologie, forensische Psychologie nennt man das ja. Ja, und die hat die Hughes wirklich komplett zerstört und auseinandergenommen und vielleicht interessiert euch auch mal diese Feinheiten, weil ich finde die hochspannend, aber gut, ist natürlich auch, ja, einfach ein Gebiet, was mich interessiert und da wollte ich mal ein bisschen erzählen und zwar hat sie gesagt, dass die Hughes auf der anderen Seite halt bis auf ein, zwei Ausnahmen nicht Tests benutzt hat, die wirklich für forensische Fragen sind. Warum ist das so wichtig, ne? Also, die hat ja Hughes vorgeworfen, du hast hier Skalen genommen, die sind eigentlich für einen Einsatz in Forschung und Therapie, zum Beispiel Back Depression Inventory, ne, BDI, ne, so ein Depressionstest und das ist ein Ankreuztest und da steht, schlafen sie nicht mehr gut, haben sie abgenommen, essen sie nicht mal richtig, was weiß ich und jetzt muss man natürlich bei diesen Fragestellen davon ausgehen, dass jemand nicht ehrlich antwortet, sondern so antwortet, dass er eben seinen Fall gewinnt, ist ja auch logisch, das heißt, du bekommst quasi vorgeschrieben, was du antworten kannst, um deine Sachen schlimmer zu machen, so, ne, und, ja, und von diesen Ankreuztests waren da eben reichlich dabei, bei der Dr. Hughes und das hat sie halt kritisiert, weil sie gesagt hat, ja, das ist schön für Therapie, wo jemand ehrlich antwortet, aber für Gerichtsverfahren, wo jemand einfach nur, ach prima, das gibt's auch noch, ja, hab ich auch, hab ich auch, hab ich auch, ist vielleicht, äh, keine gute Idee, ne? Das war der erste Kritikpunkt, dann, äh, hat sie schon auch, genau wie Dr. Curry, äh, den Caps Five gemacht, der ist schon dafür geeignet, äh, rauszufinden, ob man vielleicht nicht ganz ehrlich antwortet, äh, weil da, ähm, ja, posttraumatische Belastungsstörungssymptome beschrieben werden müssen, was nicht so einfach ist, wenn man die nie hatte, ähm, und auch mehrfach beschrieben werden müssen, das heißt, muss auch, äh, müsste dann auch immer noch die gleiche Story haben und es ist halt sehr schwer, wenn man sowas nicht mal hatte, das genau zu beschreiben, da hat sie aber gesagt, der ist nicht korrekt, äh, durchgeführt worden, da sind, ähm, das muss ich mal in meine Unterlagen gucken, äh, da sind viele Sachen gar nicht ausgefüllt worden, so, ne? Tja. So, dann, was war noch, ähm, ja, dann wurde ein, äh, PAI-Test, heißt der, durchgeführt, da hat sie gesagt, hat sie falsch ausgewertet, ähm, ähm, so bei, aus ihrer Sicht korrekter Auswertung wird man schon auch da, äh, Tendenzen sehen zu Borderline und auch zu komplexen Kindheitstraumata und nicht aktueller, ähm, PT, also nicht aktueller posttraumatische Belastungsstörung, so. Ähm, dann wurde eine Checklist genutzt, äh, die ist für, äh, Leute, die ist auch wieder nicht für forensische Fragen, sondern, äh, äh, die ist für Leute, die in der Notaufnahme eine Frau aufnehmen, äh, die Verletzungen hat und aber das Ganze runterspielt, ähm, also es war eigentlich wie so eine Art Shitlist, würde ich sagen, äh, hat hier, hat er das gemacht, hat er das gemacht, hat er das gemacht, um die Frau sozusagen rauszukriegen aus so einer, dass sie den Mann verteidigt und nicht klar benennt, dass hier, äh, vielleicht gerade Gewalt stattgefunden hat, natürlich auch. Äh, super Fragebogen, ah ja, das ist auch passiert, das ist auch passiert, kreuzig an, kreuzig an, kann halt, passieren, ne, ist ja auch, äh, menschlich irgendwo, ja, und das zieht sich halt durch alles durch, da hat sie sich einen, ähm, Test nach dem anderen vorgenommen. Dann, ähm, ja, dann hat sie nochmal gesagt, äh, dass, äh, um sie eben korrekt zu testen, muss man eben, ja, Test nehmen, die auch Skalen haben, die andeuten, dass jemand diesen Test jetzt nicht korrekt ausfüllt, so, und die Curry hat den MMPI gemacht. Das ist ein krasser Test, äh, für so psychische Störungen, und da hat die Dr. Hughes gesagt, ähm, der hat eigentlich ein ganz normales Profil, die kritischen T-Werte sind nicht erreicht worden. Was sind T-Werte? T-Werte ist halt, also alle Werte in der Psychologie sind halt so normal verteilt, das ist, die sieht aus wie so eine Glockenkurve, und man muss gewisse T-Werte erreichen, dass man sagt, okay, das weicht jetzt so sehr ab von der Norm, das ist überhaupt aussagekräftig, so, ne, und diese T-Werte, dieser Test halt vorgibt, äh, sind nicht ganz erreicht worden, und da hat die Hughes gesagt, ja, die Curry hat da normale Testergebnisse als, äh, nicht normal ausgewertet. Da hat die Dr. Curry gesagt, das sind so diese Feinheiten, das finde ich halt total klasse. Die sagt, ja, stimmt, aber es gibt eine Skala in diesen MMPI, ähm, die, jetzt muss ich mal wieder reingucken, äh, die zeigt, ob jemand, ähm, seine Symptome verschlimmert, oder, äh, sozusagen, oder als nicht vorhanden werten will, so, und, ähm, jemand, also in aller Regel, auch in diesem Fall, geht's ja darum, dass man haben möchte, diese posttraumatische Belastungsstörung, man möchte aber nicht andere psychische Störungen haben, wie Borderline oder so, ne, das heißt, ähm, es könnte sein, dass jemand auch immer hört, dass dann versucht, ähm, andere psychische Symptome so runter zu dimmen im Test und PTSD, also posttraumatische Belastungsstörungssymptome, hoch zu dimmen, so, ne, und dafür gibt's eine Skala, ähm, die das eben anzeigen soll, ne, und da hat Amber Heard halt so krass ausgefüllt, wie, ich hab überhaupt keine, gar keine psychische Probleme, 0,0, dass diese Skala wieder bedeutet, okay, da füllt jemand den Test nicht korrekt aus, und dann gelten wiederum andere T, äh, T-Werte nicht die, also dann muss, werden sozusagen alle Werte gewissermaßen erhöht, und der Test ist dann eben doch aussagekräftig in Hinsicht, ähm, Borderline und solche Geschichten. Ja, das sind so die Feinheiten, das hat sie wieder in ihrer unnachahmlichen Art so bäm, 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 rausgebracht, und, ähm, ja, krass. Dann, das fand ich auch krass, dann gibt's eine Skala, ähm, ähm, achso, und dann dieses MMPI, äh, da gibt's eben auch so Profile, also man guckt nicht nur auf einwärts, sondern wir hängen die alle zusammen, und da gibt's ein Profil, das heißt 3-6-Profil, und das ist eben ein Profil, was hinweist auf große Feindlichkeit und, äh, ja, grausames Verhalten, hm, just saying, so, also, was Amber Heard angeht. Ja, dann hat sie gesagt, wenn jemand so eine krasse posttraumatische Belastungsstörung hat, wie Amber Heard sie angibt, dann ist das, das ist wirklich eine ganz, äh, schwere Störung, ich weiß, das wird ja auch mal so leicht gesagt, ja, ich hab, äh, hab ein Trauma, ja gut, ich meine, Trauma ist auch ein weiterer Begriff, weil ich hab eine posttraumatische Belastungsstörung, aber das ist eben eine ganz schwere Störung, wo sie auch sagt, äh, wenn du das hast, dann kannst du eben nicht Filme drehen, auf Dinnerpartys gehen, dann Hobbys nachgehen, dies machen, jenes machen, wo du einfach nicht in der Lage bist, du kannst einfach nicht kaum rausgehen, du kannst kaum Freunde treffen, du siehst dir total zurück, du hast, äh, Drogenkonsum, Alkoholkonsum, whatever, und, ähm, ja, das passt einfach nicht zusammen, ne? Ja, dann, äh, gibt es eine Atypical Response Scale, das ist auch wieder, das ist ja so eine abgefahrene Sache, in diesem forensischen Test, und zwar ist das eine Skala mit Fake-Symptomen einer posttraumatischen Belastungsstörung, das heißt, sie hört sich 95 für den Laien so an, als, ja, das hat bestimmt jemand mit der posttraumatischen Belastungsstörung, sind aber keine realen Symptome, und die hat sich natürlich auch angekreuzt, und, ähm, ja, gut. Also, äh, ich würde mal sagen, Dr. Curry hat diesen Befund der gegnerischen, äh, Psychologin komplett zerstört, und klar kann man jetzt wieder sagen, die ist vom Johnny-Tab-Team, aber, ich meine, ihr müsst da echt mal reingucken, das ging wirklich, also, das ist einfach so on point, und immer so argumentiert sie von der Wissenschaft her, dass, ähm, ah, das ist also schon ein ganz starker Auftritt, und wenn das alles, ey Gott, wenn das alles nicht reicht, ey, dann weiß ich es auch nicht, ey, dann, also für mein Gefühl, dann stimmt auch irgendwas an diesem ganzen System nicht. Aber gut, wir werden sehen, was die Jury dazu sagt, das sind natürlich auch komplexe Themen, so, ne. Ja, ähm, genau, also nochmal zusammengefasst, äh, sie hat PTSD, also post- und belastungssymptome übertrieben, sie hat andere Symptome, die er auf, zum Beispiel Persönlichkeitschirungen untertrieben, ähm, hat einfach angekreuzt, in Ankreuztests immer das angekreuzt, was anzukreuzen ist. Ja, und genau, und dann, äh, genau, und so krasse forensische oder, äh, krasse Persönlichkeitstests, die eben für solche Sachen geeignet sind, ja, lassen sich eben nicht so leicht faken, sondern haben dann eben entsprechende Fake-Skalen, ähm, ja, die das dann eben belegen. Ähm, ähm, gut. Ja, dann, was ich auch schon gesagt habe, äh, dass die Frau, äh, die Frau Hughes, ihre Aussage, dass sie nicht persönliche Meinungen von Fakten richtig abgetrennt hat, das hatte ich ja auch schon gesagt, und dann hat sie sowas gesagt, ja, die Ember hat gesagt, sie hat diese und jene Übergriffe erlebt und sie hat das so erzählt, dass wenn das ein Faktum wäre, das hatte ich ja auch schon, ich habe auch schon ein Video gemacht, wo ich die beiden Gutachter, ähm, verglichen habe, ne, das habe ich ja auch schon gesagt, genau, jetzt gucke ich mal, ob ich alles habe, habe ich mir gerade angeguckt für euch, genau, ich glaube, ich habe es jetzt, aber, ja, dann kam sie natürlich, ähm, in das Kreuzverhör, was sicherlich keinen Spaß macht bei ihr und da haben sie wieder vorgehalten, ja, weiß nicht, was sie, wie es jeder zuseht, könnt ihr mal kommentieren, ähm, dass sie halt, äh, drei bis vier Stunden, bevor sie einmal getöstet hat, halt zum Gespräch mit den Anwälten war, in Johnny Depp's Haus und diese Gegenseite versucht es dann immer so darzustellen, ja, hat's denn da Essen gegeben, hat's da Drinks gegeben, also habt ihr da eine Party gefeiert und sie hat dann halt wieder so ganz, äh, trocken gesagt, ja, mein Gott, irgendwo müssen uns ja treffen und, ja, dann, und weil sie halt, äh, weil es berühmte Personen gibt, haben wir uns eben bei denen getroffen, dann hatte ich halt irgendwann Hunger und Durst, dann gab's eben was, für alle was zu essen und zu trinken, äh, dann ging's wieder los, ob sie denn board certified ist, jetzt frag mich nicht, also gerichts zugelassen oder nur, ähm, also licensed psychologist ist und, naja, gut, aber ich meine, klar, es kann man sagen, andere waren board certified, aber dieser schreckliche Psychiater gestern, der wäre scheinbar auch board certified, naja, weiß nicht, ob das so prall ist, dann haben sie, sie gefragt, ob sie sich denn an die API Richtlinien gehalten hat, vielleicht auch wegen dieser, äh, weil sie bei ihm zu Hause so war zu diesem Vorgespräch und ich weiß nicht was und das, nachdem sie einen Tag vorher jemand hatten mit diesem Doktor Spiegel, der allen Ernstes Ferndiagnosen gemacht hat, aber, also das ist alles so crazy, 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 ja, gut, dann, äh, noch kurz, dann war Johnny Depp noch dran, da muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, ich hab jetzt die erste Aussage von Johnny Depp nicht gesehen, das war jetzt, glaub ich, die zweite heute und, ähm, da kann ich diesen Doktor Spiegel auch ein bisschen nachvollziehen, wobei er ihn natürlich untersuchen müsste, um da wirklich eine klare Aussage zu treffen, aber, ja, ich sag's jetzt mal so, auf den ersten Blick, einfach nur meine persönliche Meinung, wirkt, äh, Johnny Depp ja echt, ähm, weiß ich nicht, haben den da die Drogen wirklich zu viel rausgeballert aus dem Gehirn, also ich fand den unheimlich zerstreut, äh, langsam, also, klar, ist immer noch witzig und schlagfertig und so, aber, ähm, auch teilweise ein bisschen stotternd und klar, steht dann ja auch unter Anspannung, aber ich dachte, echt hat, weiß nicht, was, äh, hat er irgendwelche Medikamente gekriegt heute, ich weiß nicht, wer das erlebt, da würde mich echt mal interessieren, fand ihn also irre langsam und, boah, krass, hat mir irgendwie auch echt leid getan, ja, äh, da hat er ausgesagt zum Beispiel, dass er ihr geholfen hätte, diese Aquaman-Rolle zu kriegen und, äh, dann hat er erzählt vom Orient Express, wo sie ihre Hochzeitsreise hatten, von Bangkok nach Singapur und da gibt's halt Fotos, wo er ein blaues Auge hat, ne, von ihr, äh, gibt's ja komischerweise keine Fotos mit blauen Augen, aber er hat blauen Augen, ne, also, ich meine, aus meiner Sicht ist der Fall einfach so, also, das ist wirklich nur meine Meinung, Mutmaßung, aber so fucking klar, wie nur irgendwas, ey, also, wirklich, äh, wenn jetzt wieder wir schreiben, ich bin nicht neutral genug, aber ich weiß nicht, ich kann, ähm, ich will auch gar nicht neutral sein hier, ich meine, das ist ein YouTube-Kanal und, ähm, weiß ich nicht, also, weiß jetzt nicht heißt, dass er nicht auch mal irgendwann irgendwas gemacht hat, äh, die können ja auch entscheiden, was die wollen, da die Jury, ähm, aber ich, boah, ich meine, ich habe auch echt scheiß Beziehungen erlebt und, meine, sowas jetzt nicht, aber, äh, also, ich kenne diese Strukturen durchaus und das triggert einen schon, ähm, gewaltig an, geht bestimmt vielen Männern so, die auch solche Beziehungen erlebt haben, ja, hat er nochmal sehr emotional beschrieben, wie er auch, wie gruselig auch diesen Prozess findet, ich fand auch gruselig, da wird ja immer Amber Heard eingeblendet, wenn er aussagt und die, dieser Wechsel, am Anfang hat sie ihn fast so ein bisschen liebevoll, also ich hatte was, das wirkte fast so, als wenn sie noch auf ihn steht und, ähm, ja, dann neutral, aber dann auch immer wieder, weiß ich nicht, dieses Augen verdrehen, lachen, äh, also, da kann man, also kann ich mir, aber vielleicht bin das nur ich, ich weiß es nicht, ist auch wirklich einfach nur eine Meinungsaussage, kann ich mir vorstellen, wie das in einer Beziehung war, diese schnellen Wechsel von, äh, dass die vielleicht an ihm dranhing und, äh, war es irgendwie gut und eine Hot-Phase und dann wieder kalt, äh, fand die auch, die hätte dann so einen abschätzigen, kalten Blick, kriege ich auch mit so einer Co-Abhängigen-Persönlichkeit nicht zusammen, dann wird natürlich immer gesagt, ja, äh, man sollte nicht vorgeben, wie Menschen so aussehen, vielleicht die sowas erleben, ja, aber irgendwie spielt es doch eine Rolle, ne, wie, wie Menschen sich geben und daraus kann man schon zumindest Hypothesen bilden, wer welche Rollen in der Beziehung hatte, ja, also ist zumindest meine ganze Erfahrung hier auf diesem Feld, ähm, meine ganz persönliche, genau, äh, ja, ich glaube, ich habe das Wichtigste erzählt, was kommt jetzt noch? Ähm, jetzt kommt Johnny Depp ins Kreuzfahrer und dann kommt noch, finde ich super spannend, ein Metadatenexperte, ich denke, es wird darum gehen, ähm, ob diese Fotos, die im Behörzeichen nachträglich bearbeitet worden sind, denn es ist ja so Daten eingebacken in die Fotos, wann die aufgenommen worden sind, wo die aufgenommen worden sind, ähm, ja, und wenn die fehlen oder halt nicht passen, ja, ja, okay. Und da wird es, glaube ich, auch nochmal darum gehen, ob, ähm, noch ein anderer Experte, der, glaube ich, wird es darum gehen, ob man, ob diese Sachen, die sie, also an Verletzungen gesagt hat, ob man die hätte überschmecken können. Ich meine, man musste nur von Johnny Depp, ich meine, das haben sie schon schlau gemacht, wirklich nur von Johnny Depp, die, mein Gott, ey, ich meine, das ist einfach so eine Verdrehung, weil es also Johnny Depp, die blauen Augen im Orientexpress sehen, dass man sieht, dass man so alles geschwollen ist und dass man, man sieht dann einfach auch, dass man sowas nicht übersch, also wie soll man das überschminken, eine Schwellung, ne, und die war einen Tag später in dieser James-Corton-Show und sah aus wirklich wie ein Neugeborenes, ne, also, es ist einfach, sorry Leute, es ist einfach crazy. Wollt ihr noch mehr hören davon, äh, schreibt's mir gern, ähm, genau, und ich bin mir jetzt nicht so ganz sicher, ob heute schon Feierabend ist, äh, vielleicht wisst ihr das, könnt ihr gern drunter schreiben und wir sehen uns bald wieder. Ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt noch mehr hören, Untertitelung des ZDF, 2020